Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ihr seht sicherlich, meine Lippen sind nicht geschminkt, aber der Rest meines Gesichtes. Und das hat auch einen guten Grund, denn heute gibt es eine First Impression und zwar zu den Lip Kits von Maybelline und Gigi Hadid. Die haben nämlich kooperiert, um ein paar schöne Produkte rauszubringen. Bei uns in Deutschland gibt es leider noch nicht so viele. Ich weiß nicht, ob die nachkommen werden, denn derzeit, glaube ich, kriegen wir nur die Lip Kits und auch diese Palette, die ich persönlich nicht sehr ansprechend fand. Da waren jetzt keine besonderen Farben drin, keine besonderen Produkte, die man nicht schon kennt. Also fand ich auch den Preis tatsächlich nicht gerechtfertigt, nur weil Gigi Hadid darauf unterschrieben hat. Also war ein bisschen unnötig. Aber die Lip Kits habe ich mir trotzdem angeguckt und ich fand zwei Farben besonders schön. Deshalb habe ich sie mir bestellt und glücklicherweise waren sie auch aus zwei verschiedenen Reihen. Einmal aus der East Coast und einmal aus der West Coast Reihe. Also hat sich das super ergänzt und ich dachte mir, dazu kann ich doch ein Video drehen. Und wenn ihr mit reinschauen wollt, wie die Produkte so sind, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wir fangen jetzt an. Hier sind wie gesagt die Lipstick-Sets. Darin enthalten sind einmal ein Lip Liner und dazu der passende Lippenstift. Und die Verpackung sowieso ist auch so toll. Ich mag diesen Hohle-Effekt, den haben beide. Nämlich die Farbe McCall hat hier diesen silberbunten Hohle-Effekt auf der Verpackung und die zweite Farbe nennt sich Austin und die hat dann diese Goldreflexe mit drin. Also da hat sich Maybelline echt was Schönes ausgedacht. Man sieht auch schon an der Verpackung, wie die Farben ungefähr aussehen. Also bin ich echt interessiert mal daran, ob die denn wirklich so aussehen. Und natürlich gibt es hinten auch eine schöne Anleitung, einmal auf Englisch und auf Deutsch, wie man das ganze Set denn benutzt. Und unten stehen dann halt nochmal die Inhaltsstoffe mit drin, was natürlich eigentlich auch bei jedem Produkt, was man so bekommt, mit drauf ist. Diese beiden Farben habe ich online bei Rossmann bekommen. Und zwar für jeweils 10,99 Euro oder 10,95 Euro. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber den Preis schreibe ich euch hier oben rein. Und natürlich verlinke ich euch die Produkte auch unten, damit ihr direkt drauf kommt. Es gibt sie tatsächlich auch bei dm online, aber ich glaube momentan nur online. Da findet ihr auch die Palette, falls euch die interessiert. Aber mich hat sie, wie gesagt, nicht angesprochen. Ich öffne mal den ganzen Spaß, weil ich echt sehen will, wie das Ganze von innen aussieht. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht aufgemacht. Ich habe sie noch nicht geswatcht, gar nichts. Ich war wirklich sehr, sehr geduldig. Wir fangen mit dem Newton an. Der nennt sich McCall. Und der ist so verpackt. Einfach in dieser weißen Pappe. Und da drin stecken dann halt der Lip Liner und der Lippenstift. Die Verpackung ist da auch wieder sehr gelungen. Dieses Nude finde ich ganz toll. Man sieht da hinten an dem Lip Liner dann auch die Farbe nochmal genau. Und der Lippenstift hat dann auch unten, wie man das von Maybelline schon kennt, diese Farbbezeichnung. Und dann einfach noch diese schöne Verpackung, die Unterschrift von Gigi Hadid auch mit drauf. Und ihr Name dann auch in diesem Holo-Effekt. Da ich noch nie Lip Liner von Maybelline probiert habe, weiß ich jetzt auch nicht, ob die normal auch so sind, dass man die rausdrehen kann. Oder ob das einfach diese Kohl-Lip Liner sind. Das weiß ich jetzt nicht. Die Maybelline-Stifte sehen alle so aus. Dass die eckig sind, ist eigentlich gar kein Unterschied. Ich finde auch den Preis, muss ich sagen, ziemlich gut für zwei Produkte. 11 Euro sozusagen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich meine, klar, Gigi muss ja daran auch Millionen verdienen. Von daher ist das aber, finde ich, schon ziemlich günstig, wenn man das mal im Vergleich zu dieser Palette sieht, wo auch nicht so viel drin ist. Ich muss aber sagen, wenn man die beiden Farben sich hier so anguckt, der Lippenstift sieht viel heller von außen aus als der Lip Liner, wenn man da so mal schaut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt über schon zur Demo. Für die Demo habe ich euch mal ein bisschen näher herangesoomt. Und ich habe übrigens auch Melkfett auf den Lippen. Ihr könnt natürlich Lippenweiser benutzen, wie ihr möchtet. Ich habe nämlich meine Lippen vorher gepielt, weil sie momentan sehr, sehr trocken sind. Und das wollte ich euch jetzt wirklich nicht antun. Ich nehme jetzt erst mal den Lip Liner Mac Call und gehe damit einfach über den Rand meiner Lippen und ziehe mir die Lippen einfach mal nach. Und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich die Lippen ein bisschen größer. Ich schaue mal, wie das so wirkt. Ich habe jetzt meine Lippen einmal umrandet und die Farbe sieht bei weitem nicht aus, wie das, was auf diesem kleinen Endstück des Stiftes gekennzeichnet ist. Die ist viel heller. Die hat so einen erdigen Touch. Die hat so einen leichten Braunton mit drin, aber dann auch rosa wieder. Und das steuert so ein bisschen dagegen. Ich fülle einfach komplett meine ganze Lippe mal aus. Das könnte man locker einfach so tragen. Das ist auf jeden Fall sehr nude und ich finde die Farbe so toll. Der Stift ging auch super gut über die Lippen. Der war cremig. Der Auftrag war so... Und dann war man auch schon fertig. Ich finde die Farbe auch so krass schön. Vor allem kann man die einfach zu so vielen Looks tragen. Ich weiß halt nicht, ob die für jeden Hautton tragbar ist. Aber ich finde einfach den Unterton sehr schön. Und die Zähne, die sehen einfach mal gar nicht so gelb aus. Und das Ganze hat auch so einen leichten Grauüberzug. Also Grau ist auch mit in der Farbe drin. Und ich finde einfach, das sieht richtig toll aus. Jetzt bin ich gespannt, wie sich der Lippenstift auf dem Ganzen nochmal verhält. Und nun der Lippenstift. Mal gucken, ob der genauso cremig ist. Also die Farbe sieht irgendwie gar nicht aus wie der Lip Liner. Könnt ihr das erkennen? Ich dachte, das soll die gleiche Farbe sein. Also der Lip Liner gefällt mir persönlich mehr. Das andere sieht so sehr, so ein bisschen Morph-Lila aus. Irgendwie sieht das gar nicht. Es sieht überhaupt nicht ähnlich aus. Ihr seht das auch oder bin ich jetzt total verrückt? Boah, es fühlt sich ein bisschen schwer auf den Lippen an. Vielleicht hätte man den Lip Liner einfach nicht auf die Lippen auftragen sollen. Ich tufe das Ganze mal noch so ein bisschen mehr ein. Aber meine Lippenrillen werden trotzdem sehr stark akzentuiert. Weil irgendwie, also der Lippenstift ist ja cremig. Das ist die gleiche Maybelline-Formel. Der riecht gleich. Aber wenn der in Kombination mit diesem Lip Liner ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das dann so schwer wird auf der Lippe. Ich finde die Farbe jetzt nicht so schlecht. Also nach dem Eintupfen finde ich sie sogar ein bisschen besser. Irgendwie sieht das halt so aus, als hätte sich das gemischt. Aber trotzdem fühlt sich das sehr schwer an und so ein bisschen trocken. Wobei die Maybelline-Lippenstifte nicht so super trocken sind, finde ich. Vor allem auch die matten. Denn das sind jetzt auch matte Lippenstifte hier. Und die fühlen sich eigentlich trotzdem sehr cremig an. Und der ist irgendwie in Kombi mit dem Lip Liner nicht so. Also ich fand den Lip Liner an sich richtig schön alleine für sich. Und kann mir vorstellen, dass der Lippenstift ohne den Lip Liner nicht so toll aussieht. Das ist irgendwie nicht so meine Farbe. In der Kamera wirkt die Farbe tatsächlich ein bisschen anders als in Person. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht so bombe von dem Lippenstift. Ich habe tatsächlich auch eine andere erwartet. Wobei die halt dem schon sehr nahe kommt, wenn man guckt. Aber der Lip Liner, der war bombe. Also ich probiere jetzt den Lippenstift nochmal alleine aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist der gut. Aber in Kombination mit dem Lip Liner nicht. Und deshalb möchte ich den nicht gleich verschmähen. Komplett die gleiche Textur. Er riecht wie gesagt gleich. Und er fühlt sich halt sehr leicht auf den Lippen an ohne den Lip Liner. Also ich kann euch empfehlen, falls ihr euch das Set kauft. Bei dieser Farbe finde ich es eigentlich ziemlich gut, wenn man die getrennt benutzt. Man kann ihn auch super ohne Lip Liner tragen. Also es ist so ein Lila-Grau-Unterton. Also wer diese Morph-Töne mag, für den ist das sicherlich was. Also beide Produkte aus diesem Lip Kit zusammen waren jetzt nicht so. Aber einzeln fand ich die eigentlich sehr gut. Die Farbe, wie gesagt, trotzdem ist die Textur richtig gut. Ich mag die Konsistenz gerne. Und es fühlt sich halt sehr leicht auf den Lippen an. Und der Lip Liner ist sowieso, den habe ich, ich habe mich sofort in den verliebt. Die Farbe ist toll und der lässt sich so gut auftragen. Kommen wir zur zweiten Farbe. Und die nennt sich Austin. Das ist ja dieser schöne Rotton. Der war genauso verpackt wie der andere. Und hier ist auch, wie gesagt, die Verpackung gleich. Beides nude gehalten und hinten sieht man dann einfach nochmal die Farbe. Ich muss sagen, dass die Farben hier sich ein bisschen mehr ähneln. Aber lassen wir uns überraschen. Ich nehme wieder mal den Lip Liner und... Ich hoffe, der ist nicht so doll orange-stichig, dass meine Zähne jetzt nicht so schön aussehen. Aha, alles klar. Also Farbabgabe on fleek. Wie auch der andere Lip Liner. Der ist auch super cremig und die Farbe ist so intensiv. Man kann den locker alleine tragen. Diesmal mache ich den Fehler nicht und lasse einfach die restliche Lippe ohne Lip Liner. Denn den möchte ich wirklich nicht nochmal machen, diesen Fehler. Dass ich das Ganze nochmal abmachen muss und probieren muss, wie es ohne ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier wieder der Lip Liner dafür sorgt, dass das Ganze sich ein bisschen schwerer anfühlt auf der Lippe und dann so ein bisschen trockener aussieht. Komischerweise. Aber er trocknet tatsächlich auch an, weil er ist ja so super cremig. Und er trocknet auch an, das finde ich gut. Und irgendwie sieht die Farbe schon jetzt super geil aus. Also gucken, wie der auch aussieht in Kombination mit dem Ganzen. Also das ist jetzt kein typisches Rot-Rot, wie man das kennt, dieses Hollywood-Rot. Schön mit blauem Unterton, sondern das hat schon einen sehr, sehr orangefarbenen, warmen Touch. Einfach nur. Der Lip Liner ist tatsächlich noch ein bisschen wärmer. Der sieht noch etwas orangefarbener aus als der Lippenstift. Ich musste so ein bisschen mit der Farbe drüber gehen und das Ausgleichen den Lippenrand. Trotzdem finde ich die Farbe richtig schön, auch wenn sie etwas orange-stichiger ist. Die Lippen sind halt sehr leicht. Das fühlt sich auch nirgends so schwer an. Auch hier riecht der Lippenstift wieder gleich wie alle anderen Maybell-Lippenstifte auch. Und ich finde einfach, das Finish ist so schön. Die sind halt nicht dieses extrem matte, sondern die haben halt so einen ganz, ganz leichten Schein, so dass die Lippen einfach so ein bisschen glowy aussehen und nicht so ausgetrocknet und man jede Lippenrille dadurch sieht. Die beiden zusammen sind echt ein Traum. Auch wenn hier in diesem Lip Liner ein paar mehr orange Partikel mit drin sind, können die trotzdem sehr gut miteinander arbeiten. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Farbe Austin direkt auf den Lippen gelassen. Und deshalb könnt ihr euch sicherlich auch das Fazit zu dem Ganzen denken, denn ich finde diese Produkte richtig gut. Diese Sets haben sich super gelohnt. Ich mochte alle Farben gerne. Natürlich habe ich an diesem Lippenstift ein bisschen rumgemeckert. Also an dem McCall-Lippenstift. Aber trotzdem finde ich, dass man die Farbe sehr gut mischen kann. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich überhaupt nicht zickig verhält, wenn man sie mit anderen Farben mischt. Weil die einfach sehr, sehr cremig ist. Und sowieso ist das die typische Maybelline-Vorbild, was ich nicht gedacht hätte. Man weiß ja nie, wie das immer so ist mit Kooperationen, ob da sich dann was ändert. Bei Jaclyn Hill und Morphe war das ja so, dass Jaclyn meint, es wurden ganz neue Formeln für die Lidschatten rausgebracht und einfach mal so ein bisschen was anderes probiert. Hier kann ich sagen, ist das überhaupt nicht der Fall. Die Formel ist die gleiche. Und deshalb kann ich euch diese Lip Kits wirklich sehr empfehlen. Falls ihr da nach sowas sucht, wo ihr wirklich zwei Produkte in einem habt und wo die Farben so ein bisschen stimmig sind, schaut euch die gerne an. Und falls ihr schon solche habt und Erfahrungen mit diesen Farben habt und vor allem auch andere Farben als ich habt, bitte schreibt mir das unten in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas probiert habt. Wie gesagt, Qualität stimmt, der Preis stimmt. Ich mag einfach alles an diesen Produkten. Hätte ich echt nicht gedacht. So ihr Lieben, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen und auch geholfen hat. Denn das ist eigentlich der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder natürlich das Video liken. Das ist euch eigentlich so ziemlich freigestellt. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Und falls ihr die Glocke noch nicht gedrückt habt, Leute, die Glocke ist essentiell, damit ihr wisst, dass ich ein neues Video geüploadet habe. Ein Video hochgeladen habe. Das ist nämlich ganz wichtig, denn sonst bekommt ihr einfach nicht mit, dass ich ein neues Video habe. Weil YouTube so einen Algorithmus hat, dass man das nicht mitbekommt. Und ja, damit möchte YouTube einfach mal ein paar Menschen ärgern. Warum auch nicht? Jedenfalls hoffe ich natürlich, dass ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss ihr Mäuse!